Ok, überleg ich mal. Spass! Halt! Ich will grad anfangen. Und dann laber der einfach rein. Entschuldigung. Und somit herzlich willkommen zu... Ich dachte jetzt, du willst endlich mal anfangen. Ich glaub das lass ich drin. Ist so. Ja und somit herzlich willkommen zurück zu Minecraft Teanov. Mit dabei ist der Lightning. Servus an dieser Stelle. Der wo mir jetzt zwar ein paar Stunden die Ansage versagt hat. Und wir joinen auf den Server. Drei, zwei, eins. Ja wunderbar. So. Alter, meine Nachbarn schreien grade mit ihren Blagen. Das ist so hart. Aber es hat sich immer noch nicht um meinen roten Namen gekümmert. Ne wollte er, wollte er eigentlich mal nicht. Ich hab ihn heute angesprochen. Wollte er heute machen? So wollte er? Ja. Und da unten ist ja Lightning. Der hat schon einen roten Namen. Genau. Lightning ist ja immer noch... HHHHHH! Creeper! Ich seh ihn auf der MIP. Aber der kommt glaub ich nicht an uns dran. Und ich muss ja diese... Plastik-Sheets machen. Ja dazu reicht unser Rubber nicht. Wir brauchen mehr Gummi. Oh lol. Okay. Alles klar. Was? Reicht anscheinend doch. Weil man aus so vier... Plastik-Dingern... Also aus so vier Staub-Dingern... Vier von den großen Teilen rausbekommt. Also okay. Läuft. Flower-Pot. Haben wir Lehm? Haben wir Lehm? Was willst du mit nem Blumen-Pot? Den brauche ich für den Planter. Achso. Flower-Pot. Hahahaha. What the fuck. Oh ja, einmal Blumen-Pot. Er läuft bei dir. Blumen-Pot, ja. Wie gebe ich mich auf die Suche nach Lehm? Äh, hier, ich hab Lehm in meiner Kiste oben. Echt? Mhmm. No, ey. Über mein Bett müsste sein... Irgendwo hab ich Lehm reingelegt. Ja, Lehm. Ja. Sag doch, man kann nichts... Man kann nicht alles genug haben. Achso, ich wollte mal nach der... Turtle schauen. Hast du die eigentlich schon wieder aufgebaut? Die ist da oben, gerade am Farm. Das Exquerade-Loch diesmal... No modular power items found. Äh, was ist ja jetzt unten mit dem Feld, hast du da was abgeerntet? Ja, hab ich. Hast du ein paar Seeds jetzt noch wieder? Ein paar neue? Die Seeds hab ich in die Kiste gepackt. Okay, dann hole ich die jetzt gleich ab. Die neben am Zaubertisch. Dann hole ich die jetzt ab. Dann mach ich uns mal einen schönen Pot. Ein Pot? Ja. Ich muss aber nicht kacken. Ne, ein Pot. Achso. Die Hobbit haben wir ja da. Spasti, Alter. Diese... Diese Übergänge, ne? Ja. Wo ist denn jetzt schon wieder unser Eingang von der Hobbit-Hütte? Hier. Oh, ich werd's nie lernen, ey. Lightning wird sich irgendwann mal verlaufen. Ja, ist so. Ah, scheiße. Diesen Frame brauch ich auch noch. Das brauch ich da... Alter, wie viele Potatoes, man. Äh, bitte Gunpowder in die, äh... Erzkiste. Alter, wo ist das ganze Erz hin? Ach, funktioniert das eigentlich jetzt? Weiß ich nicht. Ne, funktioniert nicht. Warte. Ein Glas brauch ich. Was brauch ich noch? Was brauch ich denn noch? Na, das war's. Alles klar. Kalt. Ne, hä? Diese fetten Anleitungen verwirren mich. Vier Glas brauch ich. Alter, schreit doch hier nicht so rum, ey. So ekelhaft. Ey, das hab sogar ich gehört, ey. Ja? Ja. Ja. Die sind hier gerade wieder am krepieren, ey. So, ähm... Was macht die mit Absicht, ey? Die verfehlt ja die Aufnahme versauen, ey. Wie... 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 Wie immer. Ja, ich hab ja schonmal... Okay, ich hab'n Planter gebaut. Ja, ich hab'n Planter gebaut. Ja, ich hab'n Planter gebaut. Was? Also, was wollt'n noch? Planter und Harwester und was noch? Äh... Und diesen... Äh... Ofen. Diesen Induction Furnace oder was da das? Ah, den Induction Smelter. Genau. Stimmt, dann brauch... Dazu brauch'n wir ja Inva, aber Inva haben wir noch nicht gefunden. Ich meine, das kann man herstellen. Moment. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oh, guck'nach. Sagt ja nein, das geht nicht. Wo ist denn Inva? Wie viel das denn geschrieben, Alter? Ingvar Ingot brauchst du, ne? Ja. So. Den macht man aus Inga Nugget. Du bist so ein Noob, Alter. Du bist so ein Noob, bist du. Du brauchst Ferris Ingot... Oh, Moment. Ich bin ein Noob. Ne, womit bin ich nicht. Wir brauchen Iron Dust und Ferris Dust. Du Noob. Äh, wo ist das dann? Iron... äh... Sind Alternativ Rezepte, wenn du auf den... Ach, da, die zweite Seite hab' ich nicht. Die so... Alter... Ja, dann gehst du aber weiter bis auf Smelting. Dann gehst du Ingvar Blend. Und dann machst du das aus zwei Iron Dust und einem... Äh... Pulverisited... Äh... Pulverisierten Ferris Metal. Ferris... Ferris... Ferris haben wir glaub' ich. Ja, ja. Du musst dir einmal kurz in den Pulverizer schmeißen. Drei Ingots haben wir davon auf dem Ferris. Ja, mach aber davon noch... Äh... Schmeiß dir den ganzen anderen... Das... Äh... Ohr mal bitte in den Pulverizer. Ja, hab ich schon. So, ich wollte jetzt mal gucken, wie weit unsere... Und wie viel Eisen... Schildkröte ist. Ähm... Was ist die da? Also zwei Pulver... Inductionsmelter... Sie hat einfach aufgehört zu farmen. Das scheiß Ding. Inductionsmelter... Hä? Das Zeug müssen wir aber in den Inductionsmelter packen. Nein, Mann! Es gibt noch ne Seite... Geh mal auf Smelting. Auf die Seite mit Smelting. Warte... Ich geb' jetzt einfach mal Ing... 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 Ja. Also nochmal... Smelting. Ja. Hast du? Und dann was brauchst du dafür? Ingwer Blend. Ne? Mhm. Ja, und was braucht man für Ingwer Blend? Ach so? Alter, was ist denn das für ne Scheiße? Ja, das ist das Interessante an diesem Modpack, weil es gibt tausend verschiedene Rezepte. Manche sind teurer, wucherhaft und manche billiger. Manche wucherhaften Rezepte bringen dir aber dafür mehr Sachen später. Und und und. Da gibt's tausende Möglichkeiten, so. Ähm, ja. Wir haben jetzt ein anderes Problem. Ja, nämlich keine... Ich bin ein Mut. Ich bin ein Mut. Ich setze mal Pulverized Ferris. Ach, Ferris war schon drin. Alles klar. Äh, dann kannst du das jetzt melden. Ich geh mal eben ein bisschen... Kohle holen. Ich geh mal eben Kohle holen. Kohle, Kohle, Kohle. Ah, Ingwer Blend, okay. Mach ich ein paar mehr Ingwer Blend. Vielleicht brauchen wir das noch... Irgendwann mal. Ja, brauchen wir definitiv. Ich hab jetzt mal 12 Stück. Hä, hab ich das jetzt weggeschmissen? Hä, wo ist das jetzt halt? Da. So, ich bin grad in der Höhle. Und das in wir jetzt einfach in den Ofen packen. Alles klar. Zum Bleistift. Guck ich mir den... Den Smelter nochmal an. Okay, ich hab ganz viel... Ich hab einiges an Kohle gefunden. Warum nehme ich eigentlich keine Lava Eimer für die Turtle? Ich bin auch ein bisschen doof. Na ja, egal. Hier haben wir nirgendwo Eimer. Okay. Ja, ich hab drei in meinem Inventar. Hol dir einen ab bei mir. Ah. Okay, wo bist du? Ein bisschen weiter von dir. Du sollst mich eigentlich auf der Minimap sehen. Drück mal ein paar Mal Z, dann siehst du mich. Ah, da. Ich seh dich. Du bist draußen. Ja, aber unter der Erde. Aber nicht weit. Nein, ist das ein Creeper? Ey, wer, der explodiert. Du Mongo! Das Loch mal... Ich bauch schon wieder zu. Aber so wie es war. Was hat der denn in die Luft gejagt? Sag nicht unseren Hobbit-Eingang. Nee. Nee, nicht unseren Eingang. Ein bisschen... Alter, diese... Skelett, ey. Das seh ich schon gleich. Ich komm da... Ich komm da nicht meine Skelett dran. Musst du ein bisschen zickzack laufen. So wie du mich gestern... Vier Zombies? So wie gestern in was? So gestern wie in der Adventure-Map, wo du mich in der Arena trollen wolltest. Und wer nicht weiß, was mit Adventure-Map gemeint ist, guckt den... Dann habt ihr den Live schon nicht gesehen. Genau, dann könnt ihr... Alter, wie viele Zombies? Ich hab nur noch zwei. Und in der Videobeschreibung... Oh, dann geh mal lieber rein und geh was fressen und so. Dann schaut auf jeden Fall mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Äh, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. Mal www.twitch.com Slash... Lightning... LP... Unterstrich... HD. Ah ja, äh... Twitch.tv, ne? Tiff... Wie auch immer. Okay, dann baue ich mir einen Eimer. Ich geh nicht zu dir. Haha. Hast du doch kein Interesse zu mir zu kommen? Nee. Warum nicht? Macht das keinen Spaß? Nee. Einmal... Dann die Invar-Ingots, dann Kupfer... Also ich hab hier keine Mobs, da doch dann... Mh, fucking Creeper, Mann. Aber mehr auch nicht. Äh, ich muss ja hoch. Warte, wie baut man den Frame? Vier Glas, ein Gold... Und Eisen. Und Eisen. Und Eisen. Wir haben fast kein Glas mehr. So, jetzt sind wir zwölf Invar-Ingots. Wo läuft denn der Lightning? Ich bin mich schon mal hier am fetzen, ey. Was? Verfolgt von einem Zombie. Von zwei. Mini-Zombie, große Zombie-Creeper. Schon mehr Mini-Zombie. Was ist denn da los mit denen heute? Ein bisschen Tin packe ich jetzt in den Pulverizer. Alter! Das ist ein hartes Battle hier. So, haben wir da auch schon mehr geschafft. Jetzt muss ich aber erstmal was fressen, sonst sterbe ich hier. Jetzt nicht so wie mir. Aber ich komm damit besser klar. Ich hab ein blaues Schwert, Mann. Oh. Jetzt haben wir einen Induction-Smelter. Ja, nice. Wo soll ich den hinpacken? Warum ist der nicht... Ich war das nicht. Nein. Nein, das war ich echt nicht. Das war der Creeper. Also den Induction-Smelter. Ich hab den viermal mit dem Bogen, fünfmal mit dem Bogen getroffen. Der ist nicht gestorben, ey. Voll das Vieh, ey. Also... Den Harvester, genau. Harvester. Booster. Noch zusätzlich. Jetzt kann ich die Invar-Ex bauen. Du schaust auf die Zeit? Ja. Ja. Ich hab das mal schon... Ne, das gleiche haben wir grad eben. Ich glaub ich hätte einfach nur Refuel eingeben müssen, egal. Äh... Jetzt brauchen wir wieder Rubber. Ne, von dem Dünger haben wir ja noch ein paar. Flu... Hä? Wie wird das denn nochmal geschrieben? Re... Refuel... Ja... Ja, ich hab's doch schon. Alles gut. So. Ex... K... Warte... Fünfzehn. Alter. Die Turtle. Diese Turtle. Jetzt muss ich mich auch noch hier mit einer Spinne battlen. Zwei Gold. Wir haben kein Zwei Gold. Ne. Wir haben kein Gold. Ernsthaft nicht? Pulverized Gold. Das muss man einfach nur in den Ofen packen, oder? Ich glaub schon. Oh toll, ich hätte die in ein Loch einbauen müssen. Egal. Wenn Kohle im Ofen drin wär. Wir haben keine Kohle mehr, nur zur Info. Gerade den letzten Rest unserer... Ne, in der Kiste haben wir noch zwei Kohle. Da müssen wir halt auf erneuerbare Energien umsteigen. Kannst ja eine Windmühle bauen. Ja, genau. Geht! Ey. Gibt's ja, klar. Ist ja noch voll riesig, das Ding, ey. Jetzt brauch ich noch mal ein Gold. Ja, leck mich doch. Machst du wohl auf und verpieselst dich mal. Das sind Eier. Die nehm ich natürlich noch mit. In der Hoffnung, dass wir einen Huhn kriegen. Warte, ich schmelze mal unser ganzes Gold ein, damit wir das erfordert haben. Und wir haben wieder kein Hühnchen bekommen. Ich kotze. Doch! Wir haben eins bekommen. Ein Babyhühnchen haben wir bekommen. Geil. Ja, ich hatte so viel Level, ey. Hab ich mir gedacht, YOLO! Ich verzauber mich mal eben. Ich brauch doch noch mal ein Gold. Mahlzeit. Ein Zähl noch mehr von zu Hause. Du Buschtrommel. Jetzt brauch mal wieder Eisen. Noch mal ein Glas. Ja, warum pumpt der nicht mehr raus? Achso, weil das pulverisiertes Iron ist. Wir haben so viel Iron gerade. Das ist eigentlich jetzt gerade in dem Ferris-Things drin. Tin hast du da reingeschmissen. Mhm. Ich schmeiß mal einfach mal alles nacheinander rein. Okay. Ja, wir können das auch später automatisieren, aber jetzt wollen wir das noch nicht. So, jetzt kann ich jetzt mal wieder so einen behinderten Frame bauen. Du Wichser. Der beste Troll, den es gibt. Schon seit Jahren. Seit Minecraft überhaupt existiert, man. Ich wollte den Gang mal hier mit einer Fackel ausleuchten. Das war unser. Wir hatten hier letztes Mal ein bisschen Panik, dass hier irgendwie mal doch was spawnt, aber wird's nicht. Ja, wo wir eine Attacke verarscht haben. Was? Achso, ja. Was gespawnt ist. Creeper in der Base und so. Das Harvest ist jetzt auch. Auch fertig? Ja. Nice. Soll ich dann auch irgendwas bauen? Ja, aber ich guck eben. Zeit haben wir ja noch. Zeit passt, ja. Du kannst Query bauen. Eine Query? Hm, oder warte. Ja. Eine Query? Hm. Okay. Da brauchen wir eine Diamantspitzsacke, die baue ich mal zuerst. Ja. Eine Query kannst du bauen. Stücke hatte ich hier. Wobei eigentlich, bevor du Query baust, scheiß auf Query, viel wichtiger ist. Ähm. Was sagst du hier sofort? Grindr. Erzähl? Ja, warte. Ich muss das Ding suchen. Weiß nicht, wie das Scheiß Ding heißt. Oh man, wie heißen diese Sachen. Manchmal vergisst man die einfach. Immer. Ah, da. Magma Crucible? Magma? Ja, Magma Crucible. Magma. Ah, da. Und wenn du damit fertig bist, dann kannst du eine... Dann müssen wir eine Nether dazu. Warum? Man, ich brauch Nether Bricks dazu. Oh shit. Das könnte ein Problem werden. Also soll ich dann zuerst die Query machen? Wobei... Nice. Nee, wir können in den Nether. Mach dir ne... Wie viele Dias haben wir denn noch? Sechs Stück. Ey, der Dings hat ne Dia Pickaxe. Das ist eigentlich dumm, wenn wir jetzt noch, äh... Dias dafür verballern. Um ehrlich zu sein. Lass mal ein paar Tage sagen. Ja, äh, der muss die definitiv irgendwo reinlegen. Okay, dann, äh, mach den... Ignek Extrudler. Ich schreib mal den. Nee, brauch mir gar nicht. Hier brauchst du ihn gar nicht. Mach weiter mit den... Mach bitte weiter mit der Leadstone Energy Cell. Die ist wichtiger. Leadstone... Da hat's ja mit angefangen, irgendwie beim letzten Mal. Aber nicht zu Ende geführt. Du wolltest, genau. Welche soll ich davon machen? Wie welche sollst du davon machen? Hier ist ne Leadstone Energy Cell. Okay, jetzt haben wir das Gleiche. Dreimal Kupfer, einmal das Ding, okay. Dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm. Nice! Und ein Energy Cell Frame. Und mal Lead Ingot... Lead Ingot... Unsere Bude nimmt endlich Gestalt an, ey. Tin... Oh Wunder. Ingot... Aluminium... Lead Ingot Lead 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 Lead... Was finde ich wieder? Dein Cobblestone. Dein Cobblestone. Was will ich damit? Ein Redstone Block. Ja, wir haben ja genug Redstone. Wollte es grad sagen, ey. Wollte es grad sagen, ey. Zeit vorbei? Zeit ist leider wieder vorbei, liebe Zuschauer. Es ist wieder soweit. Wir müssen an dieser Stelle hier wieder die Aufnahme beenden. Tut uns echt leid. Ich mache das hier fertig. Und dann würde ich sagen... Ich disconnecte dabei. Genau. Ich disconnecte ebenfalls. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge hier von Minecraft Ternoff. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuschauen mit eurer Unterstützung. Daumen nach oben. Hilft ihr nicht nur uns, sondern auch dem gesamten Projekt. Und allen Teilnehmern, die ihr unten in der Videobeschreibung auffinden könnt. Genauso wie Livestream. Und vieles, vieles mehr. Dann würde ich sagen, Sepp, du hast die letzten Worte. Ich bin damit raus. Euer Lightning RP. Ja, du hast eigentlich fast alles gesagt, was ich eigentlich auch jetzt sagen wollte. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen nach oben da. Wenn ihr noch mehr sehen wollt und auf dem Stand bleiben wollt, könnt ihr uns ja abonnieren. Ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Da schneidest du raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Loll. Okay. Alles klar. Was? Reicht anscheinend doch, weil man aus so vier Plastikdingern, also aus so vier Staubdingern, vier von den großen Teilen rausbekommt. Achso, okay. Läuft. Flower Pot. Mal Lehm. Haben wir Lehm? Was willst du mit nem Blumen Pot? Den brauche ich für den Planter. Achso. Flower Pot. What the fuck. Oh, einmal Blumen Pot. Er läuft bei dir. Blumen Pot, ja. Ja. Wie gebe ich mich auf die Suche nach Lehm? Äh, hier, ich hab Lehm in meiner Kiste oben. Echt? Ja, jetzt unten mit dem Feld hast du da was abgeerntet. Ja, hab ich. Hast du nem Blumen? Okay. Überleg ich mal. Spasti. Und somit... Halt. Ich will grad anfangen. Und dann laber dir einfach rein. Entschuldigung. Und somit herzlich willkommen zu... Willst du jetzt... Achso. Oh. Ich dachte jetzt, du willst entspannt anfangen. Ich glaub, das lass ich drin. Ist so. Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Minecraft Teanov. Mit dabei ist der Lightning. Servus an dieser Stelle. Der, wo mir jetzt zwar ein paar Stunden die Ansage versagt hat. Und wir joinen auf den Server. Drei. Zwei. Eins. Ja wunderbar. So. Hör mal. Alter, meine Nachbarn schreien grade mit ihren Blagen. Das ist so hart. Und Arvas hat sich immer noch nicht um meinen roten Namen gekümmert. Nee, wollte er. Heute eigentlich mal nicht. Ich hab ihn heute angesprochen. Wollte er heute machen? Wollte er? Ja. Oh, und da unten ist der Lightning. Der hat schon einen roten Namen. Genau. Lightning ist ja immer noch... Creeper. Ich seh ihn auf der MIP. Aber der kommt glaub ich nicht an uns dran. Und ich muss hier diese Plastik-Sheets machen. Ja, dazu reicht unser Rubber nicht. Wir brauchen mehr Gummi. Okay. Ein paar Seeds jetzt noch wieder? Ein paar neue? Die Seeds hab ich in die Kiste gepackt. Okay. Dann hol ich die jetzt gleich ab. Die neben am Zaubertisch. Dann hol ich die jetzt ab. Dann mach ich uns mal einen schönen Pott. Ein Pott? Ja. Ich muss aber nicht kacken. Nee, ein Pott. Achso. Und die Witte haben wir ja da. Was passt dir, Alter. Diese Übergänge, ne? Ja. Wo ist denn jetzt schon wieder unser Eingang von der Hobbit-Hütte? Hier. Oh, ich würd's nie lernen, ey. Lightning wird sich irgendwann mal verlaufen. Ja, ist so. Ach, scheiße. Den Frame war...